hi leute herzlich willkommen zu einer neuen folge von the legends of universe ja genau letzte folge haben wir uns hier so ein bisschen aufgebaut und ich habe währenddessen ein paar mods installiert noch dazu sein hier die natte nas items mod aber ich habe ihn halt installiert und ich möchte jetzt kurz einmal gucken weil es gibt ja was ich auch habe antik atlas mt antik dazu brauche ein buch und ein kompass und das ist mists of rio guide table of contents ok ah ja das so was mag ich table of contents getting started ok das will ich mir mal an das bisschen durch und hier ist ein paladin ja wo ist der paladin was oder was ist ein paladin oder was ist ein paladin interessiert mich jetzt auch nicht weiter ich hatte schon mal hier geschlafen ja ich werde jetzt noch ein bisschen bäume und ich hoffe dabei werde ich vom paladin nicht gestört ist der luft ich habe jetzt auch hier den schokapik shader den packe ich mal in die beschreibung damit ihr euch den holen könnt ich möchte jetzt mal was gucken die cool jetzt anscheinend nicht da gibt es auf jeden fall coole sachen die werden alle auch noch erforschen werden und so nix wie macht man nix warum macht das aus onyx blog wie stellt man ja krass so kann man da dann sicher nur finden und abbauen ich gucke mal ob es irgendwie nix gibt nix gibt nix ja nix daraus kann man nichts machen da daraus droppen sicherlich diese diese sachen kommen da sicher raus diese onyx ich weiß nicht wie man es ausspricht diese anzeige von paladin nervt schön bisschen das wird hier auch nur mein anfangs haus ich glaube ich schon mal erwähnt also da wird auf jeden fall noch mal schön ausgebaut ich muss jetzt irgendwie nie an die musik hochkommen ich brauche jetzt noch ein bisschen holz ab was ist das ja das kohle der paladin hat anscheinend jetzt keine leben jetzt hat er wieder eben war da irgendwie so verpackt die anzeige dass er kein leben mehr hatte dann noch ein bisschen so ist auf jeden Fall noch eine höhle am start der letzten folge auf meinem kanal habe ich bewiesen dass ich der beste busfahrer bin den es auf der welt gibt naja ich glaube ich muss mehr für unfälle ausgeben als ich immer einnehmen aber naja wenn ihr wollt dass ich nicht mehrere mehr folgen davon mache jetzt ein daumen nach oben da lasst ein daumen nach oben da gebt einen daumen nach oben ja genau so kohle kann ich wenn ich welche brauchen wir auch immer hier abbauen aber ich würde mal interessieren was ein paladin ist und da würde ja sicherlich diese paladin chestplate oder so droppen schätze ich mal so auf jeden fall hier erstmal das dach fertig bauen hier kommt dann noch glas rein falls ihr euch fragt warum ich das der frei lassen so einigermaßen fertig ich brauch noch hier jetzt kraft ich mir hier eine tür da ist sie wo gibt es noch irgendwie andere türen ja es gibt wirklich noch türen von mr frio ok schei blassen dort das ist auch cherry planks klima wird es auf klima wird langs das geil wurde das ausgabe werden auf jeden fall ist das irgendwas mit überwältig habe overworld da gelesen und ja hier vorne den boden mache ich auch schon mal als holz auf jeden fall was können wir uns hier so kraften an rüstung erstmal chest plate was für chest plates gibt es hier also solche guten will ich noch kann ich sicher auch noch nicht haben das sind die ganz normal das sind die ganz normal das ist die steel chest plate das ist stahl stahl kriege ich hier raus sicher gibt es auch irgendwie ein stil ohr stil ja nein ich glaube nicht oder wie stellt man sich back auf die wisse des inges und wisse ja es muss doch irgendwie ein ohr geben da war mir oder oder ja was muss doch irgendwo tunnelbohrer heißt es gar nicht okay weil wir sehen hier seht warte jetzt hier gibt es richtig viele schienen das kann man auch gut zum ich brauche meine besten wissen mit schienen oder paladin verliert leben das problem ist ich weiß nicht wo der paladin ist paladin wo bist du und da klingelt das telefon ich mache mal kurz ein cut wenn es fertig geklingelt hat auf jeden fall gibt es hier auf jeden fall gibt es hier ein mod der stress und arsenal und da kann ich irgendwas mitmachen dieses flux ich gehe mal ein brett ja genau das sind die ganzen flux elektrumblock ok kann man ja mal machen aber an dieser stelle würde ich sagen das war's für die folge der fall an ihn stirbt und stirbt aber er sponnt immer wieder ich gucke ich habe eben ja mal hier umgeguckt ob ob der hier vielleicht zu sehen ist oder ist das schwein schwein bist du der paladin bist du es bist du der einziges wahre anscheinend nicht das ist der paladin das der paladin das war nur der magier des paladins ja egal der hat uns auf jeden fall eos potions gedroppt oder ist das der paladin das muss der paladin gewesen sein oder was bringt das stimmt also mal gg und es bringt mir gar keinen effekt ok ok ich gucke immer ein bisschen da sieht man hier sogar gar nichts mancheinend war in dieser hölle niemand das war doch der paladin das muss der paladin gewesen sein aber auf jeden fall wir haben sagen wir einfach mal wir haben den paladin getötet ein gutes ende jetzt muss ich nur noch zurück für mich zurückfinden aber da bin ich hier und dann noch versterben ok das war's von der folge lassen nach oben da wenn ihr mehr davon sehen von der folgen dieser art sehen wollt und ciao leute